Ja, moin und herzlich willkommen bei Aurelius aus Rauben. Willkommen zum neuesten Video auf meinem Kanal. Ja, was ist denn passiert und warum seht ihr hier ein Video von Montana Black? Ja, es gab am Wochenende eine Motorradmesse. Da war ich natürlich auch drauf. Am ersten sowie am zweiten Tag. Ja, ich wusste nicht, dass Montana Black da am Sonntag live ist. Und dann habe ich den spontan da getroffen. Dann wollte ich ihn etwas fragen. Seht einfach selbst. Sehst du, das ist ja kein Verbrenner. Ich will kein Problem machen, nur kurz was ansprechen. Eigentlich bin ich auf der Suche nach Gesprächen. Also sehr nett, aber alles gut. Wenn jemand zu mir kommt, wird er auf einmal mit mir anfangen, den Gespräch zu führen. So, das ist, für mich ist das ja immer noch auch eine fremde Person. So, dann nach dem Foto, okay, aber ich will, ich will nicht reden. Was hat er gesagt? Ich will es doch nicht wissen. Ich habe schon mit ihm geredet. Hast du schon? Ja, jetzt sind wir zwei, zwei, zwei und drei gekochen. Ich habe mit ihm gelebt. Ja, wie ihr sehen könnt, beziehungsweise gehört habt, das war meine Stimme. Das hat mein Herz gebrochen. Er wollte nicht mit mir reden. Nee, er spart beiseite. Das war auch ein sehr stressiger Tag für ihn. Die ganze Zeit nur Fotos machen. Missverständnis, dass man nicht mit Leuten dann reden möchte. Du bist Salz, ich bin Brot, zusammen sind wir mit dir Butterbrot. Ich bin cool, du bist schön, ich habe fünf Jahre gelernt Akkordeon. Du bist Salz, ich bin Brot, zusammen sind wir mit dir Butterbrot. Ich bin Brot, zusammen sind wir mit dir Butterbrot.